Die Schlacht bei Wartenburg war ein Gefecht während der Befreiungskriege nahe dem sächsischen Dorf Wartenburg. Einem Korps der schlesischen Armee unter General Ludwig Jörg von Wartenburg gelang der Übergang über die Elbe, was Napoleon zwang, zur Sicherung seiner Nordflanke von Dresden nach Westen Richtung Leipzig vorzugehen. Dies leitete die Einkreisung des französischen Kaisers in Leipzig ein. Vorgeschichte Bei Beginn des Herbstfeldzuges 1813 nach Auslaufen des Waffenstillstandes am 17. August standen unter Napoleon über 400.000 Soldaten im Osten Deutschlands. Seinem Plan, die zwei Heere der Verbündeten Österreicher, Preußen und Russen einzeln im Raum Sachsen zu schlagen, nach Böhmen und Schlesien abzudrängen, während Audino die dritte Armee aus Brandenburg werfen sollte, standen die Verbündeten entgegen, die mit über 500.000 Mann in Brandenburg, Schlesien und Nordböhmen standen. Ihr Plan sah vor, Napoleon auszuweichen, falls er eine der drei Armeen angriff. Eine Schlacht direkt gegen den französischen Kaiser sollte nur bei Vereinigung aller Kräfte gewagt werden. Audinot oder andere kleinere Verbände, die nicht von Napoleon geführt wurden, waren davon ausgenommen. Napoleon, der bei Ablauf des Waffenstillstandes im Dresdner Raum stand, wartete den Angriff der Verbündeten ab. Der schlesischen Armee unter Blücher, die als erstes marschierte, gelang es große Teile der französische Truppen nach Osten zu locken. Da aber Napoleon die Fühlung mit Blücher verlor, zog er mit 60.000 Mann wieder ab. Die Bobaer Armee unter MacDonald liefe dann an der Katzbach in die Stellungen Blüchers hinein und erlitt eine Niederlage. Zur selben Zeit griff die Hauptarmee unter Schwarzenberg Dresden an. Jedoch erreichte Napoleon die Stadt noch rechtzeitig und konnte mit einem Sieg die Verbündeten nach Böhmen abdrängen. Der nachfolgende Verlust der Skorwandarme in Kulm machte diesen Erfolg aber rückgängig. Audinot war mit seiner Berlin-Armee bereits eine Woche vorher bei Großbeeren aufgerieben worden. Nachdem Ney das Kommando übernommen hatte, musste auch er Anfang September bei Dennewitz eine Niederlage einstecken. Danach zog sich Napoleon mit seinen Truppen hinter die Elbe zurück und verharrte in Sachsen. Im Hauptquartier der schlesischen Armee ersah man den Plan zum Durchbrechen der Elblinie, um entweder Napoleon in den Rücken zu fallen oder ihn zum Rückzug nach Westen zu zwingen. Der Plan begünstigte außerdem eine Vereinigung der drei verbündeten Armeen. Die Nordarmee unter Bernadotte nährte sich aus dem Raum Wittenberg und Schwarzenberg stieß gegen die Linie Zwickau-Chemnitz vor. Schlachtverlauf In der Nähe von Wartenburg sollte das Chor unter York in den Morgenstunden des 3. Oktober die Elbe überqueren. Die Division Morant des Gorbertron stand Yorks Soldaten in gut geschützten Stellungen gegenüber. Südöstlich von Wartenburg lag in Bledin die württembergische Division Frankmont und dahinter die italienische Division Fontanelli. Beim ersten Frontalangriffe der Brigade Steinmetz wurde kein Erfolg erzielt. Erst nach der zwei Stunden dauernden Eroberung Bledins durch Prinz Karl zu Mecklenburg um 14 Uhr konnten die Linien der Franzosen von Brigaden unter. General von Horn, der als erster in Wartenburg eindrang, aufgerollt werden. Bei einem Kavaleriegefecht im Nahen Globig siegten preußische und mecklenburgische Husaren. Verluste Die preußischen Verluste betrugen 1500 Mann, das Gorbertron verlor etwa 1000 Mann sowie elf Geschütze und 70 Wagen, dazu 1000 Gefangene. Der Rest der Franzosen flüchtete bis hinter die Mulde. Folgen Napoleon begann nach der Schlacht bei Wartenburg einen allgemeinen Rückzug nach Westen. Er ließ den rechten Flügel unter Joachim Murat gegen die Hauptarmee unter Schwarzenberg zurück und zog selbst ins nördliche Sachsen, um dort die schlesische Armee und die Nordarmee einzeln zu schlagen und dann gegen Schwarzenberg zu ziehen, der so lange von Murat aufgehalten werden sollte. Doch die schlesische Armee wich ihm aus und fügte seinen Einheiten, unterstützt von Freischellern, durch zahlreiche Schamützel immer mehr Verluste zu. Napoleon glaubte Blücher und Karl Johann daraufhin weiter nördlich und zog nach Süden, um die Hauptarmee der Verbündeten anzugreifen, die südlich von Leipzig stand. Die Nordarmee und die schlesische Armee marschierten ihm daraufhin hinterher, was dann zur Einschließung Napoleons während der Völkerschlacht bei Leipzig führte. Jörg wurde 1814 als Anerkennung mit dem Namenszusatz von Wartenburg in den Grafenstand erhoben.